Daher aus dem Morgenland, willkommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr, Kaspar, Melsche und Balthasar. Uns Könige führte Gottes Hand mit einem Stern aus Morgenland, zum Christkind durch Jerusalem, zur Davidstadt nach Bethlehem. Aus Morgenland in alle Eile, wir reisen weit wie hundertmal, wir zogen hinzuland und sie bergauf, bergab durch Reif und Schilie. Die Weihrauchkörner Zeichen sind, dass Gottes selber dieses Kind, die Mürre auf seiner Menschheit weiß, dass Gott die Königswürde preist. In Jesu Namen kommen wir, wir bitten euch, und gibt auch ihr, dann kommt die Freude von Bethlehem, stand in den armen Kindern der Welt überall. Das war's. Es geht nachdem, was ihr? Das war's. Vielen Dank.